Hi, heute mache ich gegrillten Schweinebauch für einen Bao Bami. So sieht das Ganze fertig aus, vietnamesisches Streetfood vom Feinsten. Und wie man das macht, das siehst du in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei. Hier seht ihr die Zutaten, die ich für meinen Bao Bami brauchen werde. Bami ist aus dem vietnamesischen und heißt nichts anderes als belegtes Brot. Und genau so etwas machen wir heute. Ich habe gestern Bao Buns gebacken. Wie man das macht, habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt. Ich kann euch nur sagen, diese gedämpften Burger Buns sind der absolute Kracher. Solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen, geht ganz, ganz einfach. Verlinke ich euch gerne unten, wie ihr die selber machen könnt. Dann haben wir hier ein paar wunderschöne Scheiben vom Kräuterschwein. Habe ich beim Schwarzwälder bestellt. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die werden wir gleich marinieren und marinieren auch ein wenig Gemüse. Ich habe hier Karotte, Chili, Zwiebel, Frühlingszwiebel und etwas Gurke. Das werden wir gleich mit Zucker und Essig marinieren, dass es so richtig schön durchzieht, auch richtig schön weich wird. Der Geschmack in Verbindung mit dem gebratenen Schweinefleisch, Leute, ist ein absoluter Knüller. Das Weitere benötigen wir noch ein wenig Sushi-Mayonnaise und für die Schärfe ein wenig Sriracha. Das sind alle Zutaten, die wir brauchen. Und zubereiten werde ich das Ganze auf dem Chichirin-Grill von Meteor. Das ist ein kleiner, portabler Tischgrill. Den könnt ihr auf den Tisch stellen. Da ist eine Metallplatte unten drunter. Das Ding ist aus Keramik gemacht. Könnt ihr so auf den Tisch stellen. Soll jetzt nicht unbedingt ein Holztisch sein. Und dann könnt ihr am Tisch direkt grillen. Natürlich nur draußen, ist selbstverständlich. Ist eine gesellige Geschichte. Ihr könnt um diesen Grill drumrum sitzen. Könnt euer Fleisch drauflegen. Wird in Korea zum Beispiel auch gerne gemacht. Da gibt es ganze Restaurants, wo ihr eben um den Grill sozusagen rumsitzt. In Japan auch. Und da sitzt dann jeder mit seiner Zange und legt sich das Fleisch auf. Den werde ich also heute verwenden. Und dann würde ich mal sagen, wir legen los. Ich starte damit, dass ich erstmal das Fleisch würzen werde. Hier haben wir also die Scheiben vom Kräuterschwein. Und die möchte ich marinieren. Dafür verwende ich meine Thai-BBQ-Gewürzmischung. Eine Gewürzmischung mit Chili, Zitronengras, Ingwer. Thai-Basilikum ist mit drin. Passt also perfekt zu unserem Schweinebauch. Und das gebe ich jetzt einfach mal hier oben drüber. Dann wird das Ganze gut verrieben. Riecht ein bisschen einmassiert. Und dann würzen wir natürlich noch die Rückseite. Das heißt also alles einmal umdrehen. Und auch hier wieder einreiben. Wunderbar. Das Fleisch ist fertig mariniert. Das wandert jetzt noch kurz in den Kühlschrank. Kann ein bisschen durchziehen. Und ich kümmere mich ums Gemüse. Weiter geht die wilde Fahrt mit dem Gemüse. Das möchte ich gleich eben marinieren. Und zwar in Reisessig und Zucker. Ich habe hier anderthalb Esslöffel Zucker. Und darauf kommen fünf Esslöffel von dem Reisessig. So. Alles gut verrühren, dass der Zucker sich auflöst. Das drehe ich kurz beiseite. So. Und jetzt habe ich hier mein Gemüse. Wir fangen an mit der Zwiebel. Die geht am schnellsten. Ich habe hier eine kleine rote Zwiebel. Die reicht vollkommen aus. Es geht nur um diesen leichten Kick, dass einfach da so ein bisschen Zwiebel mit dran ist. Das macht den Geschmack einfach runder. Und diese Zwiebel wird jetzt in ganz feine Scheibchen geschnitten. So. Und wenn die Zwiebel fein ist, kommt sie hier in die Schale zu dem Essig und dem Zucker. Schon einmal kurz durchrühren, dass der Essig sich schon mal um die Zwiebel kümmern kann. Sorgt eben dafür, dass das Ganze schön durchzieht und weich wird. Weiter geht es mit ein wenig Chili. Da könnt ihr selbst entscheiden, wie viele ihr da reinmachen wollt. Je schärfer ihr es vertragt, umso besser ist es. Ich habe jetzt hier so ein Gemüse-Chili. Die ist nicht wirklich schlimm. Die hacken wir jetzt einfach gerade noch durch. Und auch die kommt dann mit zu dem Essig. Weiter geht es mit Karotten. Die müssen noch geschält werden. Und dann habe ich hier meine Geheimwaffe. Mein Spiralschneider. Lässt sich. Es gibt große Scheiben. Es gibt feine Scheiben. Für die Karotte werden wir auf jeden Fall die feine Variante nehmen. Und das setzen wir einfach hier an. Und dann kriegen wir hier solche Spaghetti da draus. Das Ganze sieht dann später so aus. Das Ende von der Karotte können wir heute leider nicht verwenden. Beziehungsweise das bringt uns jetzt hier nichts. Aber ich habe hier noch eine. Die jagen wir jetzt auch noch gerade hier durch. Und ihr seht, wir kriegen so richtig schöne Spaghetti draus. Mit dem Ding kann man auch super geil Zucchini-Spaghetti machen. Ja, wenn ihr auf Weizen verzichten möchtet oder sowas. Und dann wollt eure Bolognese eben mit Zucchini-Spaghetti essen. Mit dem Ding geht es hier. So, wenn wir dann die Spaghetti haben. Die Spaghetti sind natürlich jetzt ewig lang. Gehe ich jetzt einmal so mit dem Messer gerade da durch. Dass wir da kleinere Stücke draus bekommen. Damit ist die Karotte klein genug. Und darf mit an den Essig. Jetzt wird das Ganze wieder durchgerührt. Dass der Essig mal Tuchfüllung aufnehmen kann. Jetzt brauchen wir nur noch ein Stück Gurke. Da nehme ich dann die grobe Variante. Also die grobe Schabe. Auch hier gehe ich noch einmal so mit dem Messer durch. Dass wir die ein bisschen keil an kriegen. Und auch dann darf das jetzt mit an die Karotten-Chili-Zwiebel. Und damit ist das Gemüse fertig. Denn die Frühlingszwiebel, die ich hier habe, die werde ich gleich noch über den Chichirin-Grill ziehen. Wenn der heiß ist, dass die richtig schön Röstaromen kriegen. Das passt einfach perfekt. So, alles nochmal schön durchrühren. Solange ihr am Boden immer noch seht, dass Essig da ist, ist da auch genug drin. Wunderbar. Damit ist das Gemüse fertig vorbereitet. Wandert in den Kühlschrank. Und wir starten das Grillen. Ich starte damit, dass ich jetzt erstmal die Frühlingszwiebeln von ihren Wurzeln befreie. Und dann sie einmal so halbiere. Falls da vertrocknete Enden sind, könnt ihr die natürlich auch abschneiden. Aber die habe ich heute Morgen frisch geholt. Die sind wunderbar. So, und dann ist mein Chichirin-Grill richtig heiß. Und da lege ich jetzt einfach die Frühlingszwiebeln drauf. Ich will die einfach nur anrösten. Ich will die anrösten, damit die schön weich werden. Die fallen dann auch in sich zusammen. Aber der Geschmack, den sie halt abgeben, der ist halt einfach sensationell. Und kaum liegt die Frühlingszwiebel drauf, riecht es hier auch direkt nach gebratener Zwiebeln. Das Ding hat richtig Schub. Und wir werden das jetzt ringsherum anbraten. Einfach immer wieder mal drehen. Ich denke mal, sie braucht so gute fünf Minuten dafür. Danach kommen die hier in das Schälchen, dürfen noch weiter zusammenfallen. Das wird das perfekte Topping für unser Baobahn. Okay, vergesst das mit den fünf Minuten. Nach drei Minuten sind wir eigentlich so weit, dass wir die Frühlingszwiebeln runternehmen können. Schaut mal her. Das Ding hat richtig Schub. Die sind genauso, wie sie sein sollen, schön angeröstet. Das Tolle ist ja, in meiner Thai-BBQ-Gewürzmischung haben wir ja auch extra geröstete Zwiebeln mit drin. Das hat einfach den Grund, dass wenn ihr eine Zwiebel anröstet, hat sie noch viel, viel mehr Geschmack. Und deswegen lohnt sich das auch hier mit diesen Frühlingszwiebeln. So, dann rollen wir den Grill gerade ab. Also ich kann euch sagen, das Ding ist wirklich gut heiß. Es ist also gut, dass da eine Metallplatte unten drunter ist, die dann euren Tisch letztlich schützt. Ich gehe jetzt noch einmal ganz kurz mit dem Messer so auch hier durch die Frühlingszwiebeln durch, dass sie ein bisschen kleiner ist und dann darf die hier in die Schüssel. Heiß ist sie. Wunderbar, dann stellen wir die beiseite. Grill ist vorbereitet, dann kann ich jetzt den Schweinebauch grillen. Gewürzmischung ist schön eingezogen und dann lege ich ihn jetzt auf. Und der wird jetzt richtig schön angeknuspert. So, kurz Zeit später können wir dann den Schweinebauch schon das erste Mal drehen. Seht schon, wie der Farbe kriegt. Oh Leute, das ist ein Riesenspaß. Ihr sitzt hier neben dem Grill und ihr hört, wie die Schwarte so langsam so aufploppt. Und man sieht auch schon, der Schweinebauch kriegt auch schon richtig schön Farbe. Schaut mal, wie das hier am Brutzeln ist. Ein Traum. So Freunde, der Schweinebauch ist fertig angeröstet. Dunkler möchte ich ihn gar nicht haben. Ich möchte ja nicht, dass das Gewürz, was auf dem Bauch drauf ist, verbrennt. Aber der sieht fantastisch aus. Nehme ich jetzt runter. Und dann kann ich meine Baobami endlich zusammenbauen. Das heißt, wir schneiden mal eins von diesen Broten auf. Die sind einfach unglaublich fluffig. Richtig gut. Was ich noch machen kann, einfach nur, um sie nochmal kurz anzuknuspern. Ich lege sie jetzt nochmal ganz kurz auf den Chichirin-Grill drauf. Und bei der Hitze, die der hat, dauert das wirklich nicht lange. Und schon dürfen die Brote wieder runter. Schaut mal. Ruckzuck. Haben wir da Röstaromen drauf. So, dann habe ich hier eine Scheibe von meinem Schweinebauch. Den schneide ich jetzt in kleine Stücke. Natürlich müssen wir aus Qualitätssicherungsgründen... Ja, ich glaube, das geht durch den Düft. So, und jetzt, Freunde der Nacht, klappen wir das Baoban auf. Dann kommt erstmal eine ganz dünne Schicht von der Sushi-Mayonnaise. Quasi als Grundierung. Dann habe ich hier mein Gemüse. Einmal durchmischen und ein klein wenig abtropfen lassen. Das hier draufgeben. Das Tolle ist, es sieht nicht nur fantastisch aus, es schmeckt auch noch so. So, jetzt habe ich hier meinen schön gebratenen Schweinebauch. Dann folgt jetzt nochmal ein wenig Sushi-Mayonnaise. Sowie, wer möchte, also ich möchte auf jeden Fall, Sriracha. Gibt dem Ganzen halt nochmal einen richtig schönen Kick. So, zu guter Letzt noch etwas von den angerösteten Frühlingszwiebeln. Und glaubt mir, auch wenn ihr hier so richtig trockene Stellen habt, das Ganze gibt dem Ganzen geschmacklich einen riesen Schub nach vorne. Dann kommt der Deckel drauf. Boah, die sind so fluffig, diese Bands. Und fertig ist es. Mein Baobami. Und jetzt wird probiert. So, bevor ich jetzt reinbeiße, stelle ich mal den Chi-Chi-Ring-Grill gerade beiseite. Denn der strahlt zur Seite doch ganz schön wärmer ab. Aber, wenn ihr jetzt hier die Hand drauf legt, die Platte ist genauso kalt wie da, wie hier, wie dort. Es kommt keinerlei Hitze von dem Grill auf eure Tischplatte. Das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Und ich glaube, eine gute Geschichte ist auch hier dieses Baobami. Das schnappe ich mir jetzt. Und dann beiße ich da mal rein. Ja, ich gebe zu, ich musste aus Recherchezweck nochmal reinbeißen. Aber es ist einfach zu gut. Ihr habt das weiche Bun, ihr habt das saftige Fleisch, leicht kross. Dann habt ihr dieses eingelegte Gemüse. Und dann die angerösteten Frühlingszwiebeln, die das Ganze nochmal nach oben boostern. Zusammen mit der leichten Schärfe von der Sriracha. Eine richtig, richtig runde Geschichte. Ich glaube, es wird sogar noch besser, wenn ihr das Ganze, wenn ihr es belegt habt, in Klasigfolie einwickeln und über Nacht im Kühlschrank ziehen lasst. Wenn das Ganze so richtig über Nacht durchgezogen ist, glaube ich, verbinden sich die Aromen noch besser. Das hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Und es hat auch eine Menge Spaß gemacht, auf dem Chichiringgrill zu grillen. Das ist echt eine gesellige Geschichte. Wie gesagt, das Ding könnt ihr auf euren Tisch stellen. Da habe ich aber eben die Hand drunter gehabt. Es kommt keinerlei Hitze auf den Tisch. Die ganze Hitze ist hier oben. Und das ist schon echt, die ist echt beachtlich. Also ihr habt das gesehen, bei den Frühlingszwiebeln ging ruckzuck. Das Fleisch ging auch sehr, sehr schnell. Also ihr habt da richtig, richtig Power für drei, vier Leute. Einfach drumherum sitzen. Ist eine gesellige Geschichte. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr bei Meteor bestellen. Und den Link zum Fleisch setzt ihr euch natürlich auch hin. Der Bauch vom Kräuterschwein ist ein absoluter Traum. Ich kann es immer wieder nur sagen. Kräuterschwein, absolut fantastische Geschichte vom Schwarzwälder. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das war es für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich für immer über einen Daumen nach oben. Und vor allem in den Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten des Kanals sein, könnt ihr das gerne unten unter dem Video auf kostenfrei irgendeine Grillerbasis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat hier vorhin eine Insta-Story gesehen. Schaut also gerne da vorbei. Da seid ihr einfach näher dran. Das war es für dieses Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachgrillen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann. 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 Bis dann.